Sie können die Trainingseinheit jederzeit über die rechte obere Schaltfläche Beenden verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Ihr Lernstatus wird gespeichert. Um die Präsentation anzuhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Play Pause in der unteren Menüleiste. Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter, um durch das Modul zu blättern. Verwenden Sie die Schaltflächen unten links im Player, um den Navigationsbereich zu aktivieren.